Musik Hallo meine Lieben, da sind wir wieder. Der Speedy und ich, die Pegasus und wir sind fast fertig mit unserem Türmchen, mit unserem dritten Turm. Dann sind es nicht mal die zwei Türme, dann sind es die drei Türme und wir machen auch ... also ich mache jetzt direkt weiter, weil ich weiß auch was ich machen muss. Na, ich brauche jede Menge Treppe Treppe. Ähm, wo sind meine Steinziegel? Ähm, da! So. Das wird hier hoch gemacht noch, das auch. So, dann brauche ich die Mauer. Dann wieder runter. Dann einmal hier rum. So. So. Dann wollen wir mal anfangen. Treppi Treppe. Ah, komm ich schnell, ich war nicht hin. So. Einmal Treppi Treppe. Kommt mal die schönen Erdgerüste. Das ist ja egal, wie weit wir herkommen. So. So, genau. So, dann habe ich das nicht jetzt auch soweit fertig. Was mich hier aber noch stört ist... Ah. Was kommt... Da kommt eine Treppe dazwischen, ne? Zwischen den Lücken kommt eine Treppe dazwischen, ne? Kann das sein? Ja, obo. Kommt eine rein. Okay. Ähm, dahin, dahin. Oh, Katze. Mh. 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 Mach mal die Tür zu. Mh. Also, Juma-Lappe. Mh. 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 Es wird schon wieder dunkel. Mh. 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 Jetzt geht das gefritscheltes Woche los. Bis man weiß, wie was funktioniert hier. Du hast das doch schon tausendmal gemacht. Wieso... Ja, ich kann mal die scheiß Anordnung von den Treppen nie richtig behalten. Das ist so blöd. Mit dem verwirrten Zeug, du. Ich... Ich geh mal runter und ähm... Ich hol mal was Deko... Deko mäßiges. Wo sind jetzt das Loch? Und ich vergesse immer, wo das Loch ist. Ach, da. 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 Das ist dunkel. Da sieht man nix. Die Treppe, komm mal... Ach, komm mal ganze Blöcke hin. Okay. Alles klar. Ja, ich muss hier mal Licht machen überall. Das ist... Gar nicht gut. Okay. Ach, hallo mein Freund. Na. Tschüss. Oh weia, ich hab voll den Bug hier. Ähm... Vier... Genau. So. Machen wir mal ein paar. Da. Oh. Oh. Ach, das Grün ist leer. Hm. Stimmt. Ich könnte ja mal gucken bei unserer... Kaktus Farm da mal gucken. Ob da was gewachsen ist. Aber ich brauche unbedingt Grün. Ich hab mir hier unten mal so ein Kaktus Ding angebaut. Weil ich immer knapp mit Grün bin für die Deko Bank. Das hier hat ja Speedy das letzte Mal ausgehöhlt, weil hier kommt ja das automatische Lager hin. Das hat da aber alles offscreen gemacht. Ne. Ja. So ein bisschen Puddelarbeit. Ah, die Kürbisse sind auch gewachsen. Zum Teil. Okay. Da haben wir schon mal so. Autsch. Jo. So. Ähm. Wie viel haben wir denn? Sieben. Na toll. Ist nicht wirklich viel. Obwohl das ist zu nah dran, dann mach ich Aua. Das ist auch zu nah dran. Dann machen wir so. So. Mhm. Autsch. 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 Mach mal so. Weil anscheinend wächst das da nicht drüber. Dann machen wir mal so. Dann kann das darüber wachsen. Und da in der Ecke wächst sowieso nichts hin. Das ist totaler Schwachsinn. Mhm. Mhm. Das ist zu nah dran. Wie viel habe ich jetzt Abstand? Äh, zwei. Eins, zwei. Da nochmal hin. Und da nochmal. Und da nochmal. So. Dann warten wir jetzt nochmal bis das gewachsen ist. Und dann... Autsch. 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 Schafft der Rechner irgendwas überhaupt im Hintergrund. Nein. Ich habe eigentlich nichts an außer Minecraft. Und halt die Aufnahmeprogramm. Aber das habe ich auch sonst auch. Aber in letzter Zeit... Ja. Keine Ahnung. In letzter Zeit ist das ganz schlimm. Ja. Ja. ... So, die machen aber schon ziemlich hell, so ein Fackel-Ding. Treppe, 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 gut. Schnauze-Skelett, wo auch immer du Besteckstrasseck. Da fehlt noch eine Treppe. Gut, dann war das das. Hm. Hm, hm. Okay, warte mal, das mach mal so. Wie das aussieht. Ach, hör doch mal auf, Mensch. Ach, hör doch mal. Ja, das ist immer so Sache. Das schweigende Lämmer hier. Ich bin grad was am ausprobieren. Doch, das kann man eigentlich so, das, das kann man so machen. Das machen wir auch. Aber ich brauch dafür noch ein bisschen grüne Farbe, weil... Oh, ich hab da hinten, äh, an der Bergkette Lichter fest. Da rennen lauter Brennen, da flieh ich ja rum. Hahaha. Ich seh nicht, wann du auch überall brennst. So, das war jetzt das. Jetzt kommen wir dann durch die umgekehrte Treppe drauf. Da muss ich mal mein Bodestje drüber rumziehen. Oh, da machen wir mal. Cobblestones? Haben wir da irgendwas zufällig? Ja. Oh, das war's schon. Was hat er denn denn hier? Ein Kackaufen hingemacht. Ja, guck mal, da hat er ein Kackaufen hingemacht. Haha, wer hat der Kackaufen hingemacht? Du. Ich? Doch. Und das ist gar nicht bis oben hin. Die müssen, müssen die nicht bis oben hin? Ne, müssen sie nicht. Weil, da kommen nämlich diese Treppen da hin. Ah, das könnte ich ja schon mal machen. Warte mal. Was denn? Wo ist mein Rucksack? Nee, 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 nee. Falsch rum. Falsch rum. Falsch rum. Habe ich denn über Steinziegeltreppen acht Stück nur? Ah, die hast du mir wahrscheinlich vorhin gegeben. Ja, das stimmt. So, das ist das. Ähm, hallo? Mal gucken, wie er das angeordnet hat. Das sind... Boah, das sieht dann auch so toll davon aus. Hm, jetzt will ich, wie es mir geht. Wenn ich mal gucke, zehnmal gucke. Hm, eine, zwei und eine in die Mitte hast du gemacht, ne? Kann das sein? Bei was? Bei den Treppen, also bei diesen Bögen unten. Also Randunter, von dem Zwischenprotest. Ja, immer Block, ganzer Block und eine Treppe. Die andere Treppe ist umgekehrt, so versetzt. Hä? Na, also in der Mitte hast du einen Block. Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es ein Mitterblock. Hm. Das war falsch. So. So. Dann ist die Etage auch fast fertig. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Okay. Hm. Ich weiß schon, warum ich nicht mit Treppen arbeite. So gerne. Hm. Das ist scheiß Friemelarbeit. Muss ich mal gucken, dass du gerade drauf guckst. Je nachdem, wie du so hucke willst. So. Oh, und wenn das dann so ruckelt, ne? Boah, komm. Hm. Es reicht. Das stimmt doch hinten und vorne nicht. Wie hast du die denn oben hingesetzt, von oben? Nein. Es sind glaube ich umgekehrt. Du Kopfgestellte. Warte mal, ich bin gleich da fertig. Dann komme ich mal runtergejumped. So. Den Ring habe ich. Gut. Wo bist du? Achtung, ich komme. Boing. Boing. Die Sichtseite, das ist glaube ich, äh, das hier ist glaube ich, Entschuldigung, da ist ein Slap drin. So ist es Slap dran. So. Da. Hätte ich genug gestanden. Wenn ich das jetzt so richtig hole. Auf der anderen Seite dann auch, ne? Und ob und drüber die Reihe fehlt hier noch. Weil hier fehlt das nämlich noch. Ja, es ist noch gar nicht gemacht. Ah, hier der ist verkehrt. Kommt ein. So, einer rein. Wie stimmt das jetzt? Ecke ist voller Block. Da kommt eine Treppe. Dann kommt ein Slap. Und eine Treppe. Treppe, Slap, Treppe. Dann ist der Du aber weg. So. Ich muss das jetzt gerade mal abstecken. Das ist nicht richtig, ne? Eins, zwei. Eins, zwei. Dann sind eins, zwei, drei, ja. So. Und hier, das kommt das hin. Ja, weil dahinter geht es eigentlich mit Treppe weiter. Ja, an dem Rand. Können wir uns aber eingespart, oder? Wo ist vielleicht der Ansatz? Kann ich noch Treppe? Jo. Ach, ist schon wieder so still. Keine Musik mehr. Ah. Hm. Moment, Moment, Moment. Der ist verkehrt. Ja. So. Ah, ich guck mal. Musik, 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 Musik. Aber der Musik waren alle. Hm. So. Bild ihm. Bild ihm. Bild ihm. Bild ihm. Bild ihm. Aber irgendwas stimmt doch immer nicht in der Eck. Was stimmt denn nicht? Keine Ahnung. Sieht irgendwie blöd aus. Ich brauche Treppen. Ah, auf der Eck kommt anscheinend noch ein voller Block obendrauf. Ah, das W vielleicht sieht so komisch aus. Wo kommt ein voller Block obendrauf? Von obendrauf. Mus war anuff. Ähm. 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 Ich muss ein paar Treppen machen. Und zwar. Wäre das hier. Stimmt das jetzt? Mal gucken. Jo. Bei der Obo drauf kommen dann die Zenne. Mhm. So. Es fehlt da dazwischen drin. Fehlt es noch eine Treppe. Ach, falsche. So. Ziegel, Ziegel, Ziegel. Da. Stein, Ziegel. So. Hier eine Zenne. Da eine Zenne. Da. Da. Und da kann man eigentlich die Treppe voller Blicke nehmen. in den Hau. Weil es eh wurscht. Ach, das war jetzt. Das war jetzt total falsch. Na egal. Ähm. Und nochmal so. Und so. Total umständlich. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Genau. So. Das war das. So. Uäh. So. Uäh. Das war das. Ich. So. Das war die letzte Aufnahme vor heute. Äh. Der geht mir auf den Sack. Ne. Jetzt. Im Ernst. Das. 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 Anfang warst du noch okay, ne? Das verarscht mich jetzt schon wieder, weiße? Ja. Oh. War's doch okay, oder? Ja. Voll das Kackspiel. Das. Verarscht mich die ganze Zeit. Geht's. So. Gut. So. Äh. Das müsste jetzt richtig sein. Ich guck mal von vorne. Äh. Ja. Dann machen wir mal den, den Erdhaufen hier weg. Erdhaufen. Genau. Blub, 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 blub. Alles einsammeln. Blub, 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 blub. So. Dann haben wir das. Blub, blub, blub. Blub, blub. Dann mach ich das hier nämlich jetzt auch noch fertig. Äh. Das hat Speedy nämlich nicht fertig gemacht. So. Wenn man da falsch drauf guckt, ne? Wenn man da ein bisschen falsch drauf guckt. Nur ein bisschen. Nein! Mischt. Was denn? Ich bin abgesterzt. Haha. So. Hm. Ah nein, das war falsch. Ich muss noch weiter nach außen. So. Einmal. Das ist einmal. Falsch! Falsch! Nein! Ich habe alles geschafft. Falsch abgekloppt oder was? Ah, ich habe mit dem Ginkahammer abgekloppt. Ah, ich habe die halbe Bauer abgerobbt. Ach, scheiße, Mann. So, das müsste jetzt so weit stimmen. Okay. Ach komm, jetzt reicht es aber echt. Gut. Das habe ich. Das muss mal gut, dass ich irgendwie weiter in der Luft komme. So. So, jetzt aber. Jetzt nochmal. Oh. Töp, töp, töp. Was soll das denn jetzt? Oh. So. Einmal. Und jetzt nochmal. So. Zack. So. Jetzt ist es richtig. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So. Dann haben wir das. Das war der Nuff. Gut. So. So, 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 so. Jawohl. Fertig. Mhm. 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 So. So. So, jetzt von der Seite haben wir es. Von der Seite haben wir es. Da habe ich, da habe ich. Wie sieht das hier aus? Ist auch fertig. Von vorne. Ist bei dem auch fertig. Gut. Irgendwo höre ich was. Wo ist er dann? Ach, da. Kannst du unten, wenn du willst, diese Erde insammeln. Nee, ich bin selber beschäftigt. Okay, dann halt eben nicht. Mit, mit, mit Monster töten. Und Köpfe einsammeln. Ach, hier, die Erde. Ja, okay, die kann ich einsammeln. Von meinem Buddhist, wo ich am Abhauen bin. So, wie viel ist denn das hoch? Eins, zwei, drei, vier. Stimmt das? Eins, zwei, drei. So, gut. Vier, ja. Scheint zu stimmen. Jetzt muss ich das hier wieder abstecken. Und so. Ein, na. Eins, zwei. Eins, zwei. Dann haben wir hier in der Mitte drei. Und es ruckelt schon wieder. Oder der Rechner wird zu warm. Könnte unter anderem auch sein. Ja. Weil am Anfang hat sie nicht gurgelt, die erste paar Folgen, oder? Doch, ab und zu. So, also das ist jetzt soweit fertig, das Protest. Das ist dann nur das obere Protest obere drauf. Ansonsten ist es soweit. Fertig. Oh, komm. Ich bin in der Ordnung viel besser. So, jetzt. Über die ganze Erde von mir rum. Aua! Ich hab nur noch auf mich zufliegen sehen, er wollte gerade sahen. Aua! Und da hat er mich schon abgeschossen. Blöd Mann. Wo häng ich denn jetzt hier? Weiß ich nicht, wo bin ich dann? So, jetzt hackt alles... Das ist rehend, ne? Ja. Ist doch nicht normal, ey, dass das mit dir so extrem ausmacht. Was hat unser... ...Zeit? 28 Minuten. Ja, ist eh gleich rum, die Folge. Also, das Ende der Protest ist jetzt soweit fertig. Ist dann nur noch der obere Sockel aufgedruckt. So, jetzt brauche ich die Verzierung nur noch auf der anderen Seite, wo die Wand ist. So, der Obo geht's noch weiter. Also nur noch hier. So, und dann der obere Rand, der Obo, ja. Müssen wir dann weitermachen. Die Verzierung noch fertig machen. Ojo, wir haben ja schon einiges geschafft jetzt. Ah ja, da kommt, kommt Besuch. Oh nee, komm. Ich hasse das, ne? Wenn das dann so hakt. Was, wurde das in die Luft gesprengt? Hast du vergesst das Essen vorher? Nein. Bin ich dann verreckt? Aber ich kann eh nicht viel aufs, damit ich bin ziemlich voll. Brauchst du auch nicht, ich bin doch hier. Ah, weil da hat gestanden, wurde in die Luft gesprengt. Noch jemand ohne Fahrschein. An das typische Hof. Oh, Stampede. Was denn? Nix. Okay, ich glaube, es fehlt etwas von meiner Rüstung, aber... Wird wahrscheinlich kaputt, ganz so, ne? Das kann sein. Also, falls er schon fast hinüber war. Boah, es hakt. Ich kann noch nicht mal was vom Inventar in meinen Rucksack packen. Das sieht lustig aus. Oh, da müsstest du Schäde ausschalten. Weil der frisst immer ziemlich viel. Ich weiß nicht, ob das da dran liegt. So, wir können eh jetzt Verabschiedung machen. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich schon noch so Skelettschädel in die Stecke. Nein. Schade. Hätte ich nämlich gerade einer angezogen. Ne, ich hab keinen mehr dabei. Ne, der ist... Unten ist einer. Mh, da. Warten wir mal. Mein Helm ist eh futsch. So. Ja, wo bist du denn? Ich komme wieder hochgehupst. Ah, da. Wie blüchte ich aus. Ja. Du sabbasht. Ich sabba. Ja. Das sabbat. Iii. Ja, mal gucken. Iii, ja, bäh. Bäh. So. Genug geruckelt jetzt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ja. Tschüss. 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 Ja. Tschüss. Vielen Dank.